Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Yilong Hwang. Sie wollten schon immer mal in Taiwan studieren? Oder Sie sind ein taiwanischer Student oder Studentin und möchten mal in Deutschland studieren? Aber in beiden Fällen fehlt Ihnen das nötige Kleingeld? Da kann Ihnen mein heutiger Gast vielleicht ein paar Tipps geben. Es handelt sich nämlich um Dr. Josef Goldberger, der Leiter des wissenschaftlichen Koordinierungsbüros des Freistaates Sachsen-Taiwan und ehemaliger Direktor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, kurz DAAD in Taipei. In beiden Positionen gehörte bzw. gehört die Förderung des gegenseitigen akademischen Austausches zu seinen Aufgaben. Ein Mittel der Förderung sind Stipendien, mit denen sich Dr. Goldberger schon lange beschäftigt und sehr gut auskennt. Deshalb wollte ich mich mit Dr. Goldberger über die verschiedenen Möglichkeiten, ein Stipendium zu bekommen, unterhalten. Sie haben kürzlich an einer Auswahl für Stipendiaten des Zhongzhojang Education Foundation Stipendiums teilgenommen. Können Sie erklären, um was für ein Stipendium es sich handelt und wie Sie da involviert sind? Das ist jetzt eine wirklich sehr, sehr nette Frage, weil dieses Zhongzhojang Stipendium ist tatsächlich so eine keine Herzensangelegenheit für mich. Der Hintergrund ist, dass der Deutsche Akademische Austauschdienst seit geraumer Zeit mit dieser Stiftung zusammenarbeitet, das ist eine taiwanische Privatstiftung, die für Taiwaner die beabsichtigen, in Deutschland ein Ingenieurstudium zu absolvieren oder in den Naturwissenschaften zu studieren, eine Förderung bereitstellt, nämlich im Masterbereich. Das heißt, Taiwaner, die hier ein Bachelor gemacht haben, dürfen dann in Deutschland ein Master machen und können sich fördern lassen. Und das Schöne an diesem Programm ist, dass hier eine Förderlücke, so nennen wir das, identifiziert worden ist. Für diesen Bereich, taiwanische Masterstudierende in Deutschland, gibt es ganz, ganz wenige Programme. Und das andere ist, die Erfahrung hat gezeigt, Taiwaner sind eigentlich sehr, sehr international und gehen im Laufe ihres akademischen Werdegangs irgendwann mal ins Ausland. Häufig schon im Masterniveau. Also traditionell fördert Deutschland sehr, sehr viele PhD-Studierende, aber in dieser Phase sind die meisten Taiwaner längst schon im Ausland. Das heißt, wenn man wirklich gute Leute aus Taiwan fördern will, muss man sich eigentlich an die taiwanischen Bachelorstudierenden wenden und hier die guten Leute identifizieren. Für ein Masterstudium zum Beispiel in Deutschland. Das heißt, das ist eine Phase, in der sich eine Förderung wirklich lohnt, weil man so sehr exzellente, tolle Studierende ansehen kann. Dieses Mal war ich Teil der Auswahlkommission. In der Vergangenheit, als ich noch für den DRD gearbeitet habe, habe ich selbst diese Auswahlkommissionen organisiert und dieses Studierendenprogramm mitbeworben. Das heißt, ich kenne das jetzt schon seit, dieses Programm schon seit 2017, schon sehr lange. Und das war immer toll. Für dieses Programm hatten wir immer die allerbesten, höchstqualifizierten Studierenden. Das merkt man einfach im Gespräch. Studierende, die sehr, sehr weltoffen sind, die über ihr eigenes Fachgebiet hinaus sich gut artikulieren können und eine sehr, sehr klare Motivation haben, Erforschung haben zu ihrer Karriereentwicklung. Und das macht Spaß, solche Studierenden auch fördern zu können, weil die das eben auch durchaus verdienen. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr schön, dass es dieses Programm gibt. Neben diesem Programm gibt es natürlich ganz, ganz viele Förderinstrumente. Genau, Sie haben ja gerade erwähnt Ihre frühere Tätigkeit als DRD-Direktor in Taipei und waren da eben auch in ganz vielen anderen oder in ganz vielen Programmen involviert, also Stipendien und Stiftungen und so weiter. Können Sie da einen kleinen Überblick geben, was es da so gibt oder auch neue Sachen, die es gibt? Überblick, ich glaube, das kann gar nicht gelingen. In diesem Bereich gibt es derartig viele Player und derartig viele Programme. Ich habe gerade wieder mal die wichtigsten Programme so in einer Liste zusammengefasst und das sind wiederum nur die wichtigsten Programme. Es gibt noch viel, viel mehr, aber die wichtigsten Programme sind schon über 30 Programme, die ich so identifiziert habe. Auf verschiedensten Ebenen, mit verschiedensten Finanzierungsmodellen und Institutionen, die dahinter stehen, auf taiwanischer, auf deutscher Seite. Auf taiwanischer Seite ganz wichtig natürlich die großen Institutionen, Ministerien, das Bildungsministerium, NSDC, National Science and Technology Council, quasi das Wissenschaftsministerium Taiwans. Auch das taiwanische Außenministerium hat eigene Programme, die taiwanischen Hochschulen haben Programme, Forschungseinrichtungen aus der Industrie kommen Programme und das ähnliche Bild haben auch in Deutschland. Da gibt es natürlich allen voran den DAAD als Förderorganisation, als wissenschaftliche Förderorganisation ist die DFG besonders wichtig, Max-Planck-Institut, Helmholtz, Fraunhofer haben alle eigene Programme, uns. Oder eben auch Bundesländer. Bundesländer haben eigene Programme, so wie eben der Freistaat Sachsen. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Förderstruktur, aber das ist eine gute Nachricht. Das heißt einfach, es gibt viele Fördermöglichkeiten. Wo es eher Lücken gibt, ist im Bereich der Bachelor- und Masterförderung. Und dort nachzuhaken und dort neue Möglichkeiten anzubieten, ist natürlich einer meiner Wünsche und ist auch sehr, sehr sinnvoll. Und da freut ich mich besonders, dass eben das Bundesland Sachsen auch beschlossen hat, aktiv zu werden. Für Promovierendenausbildung gibt es schon sehr, sehr viele Programme, aber für talentierte, junge, jüngere Studierende ist es noch schwieriger. Und da hat eben Sachsen, ich habe vorher gerade das Gregorius-Ricola-Programm erwähnt, das richtet sich an Studierende, die bereits in Sachsen sind und die sehr, sehr gute Zensuren haben, die besondere Leistungen im Studium erbracht haben. Und da können eben seit diesem Sommer auch Taiwaner über dieses Programm gefördert werden. Und dann gibt es besonders erfreulich neue Programme, die sich ganz spezifisch an Taiwaner wenden. Da erkennt der Freistaat Sachsen, Taiwan ist für uns eine ganz wichtige Region. Wir wissen, in Taiwan gibt es jetzt gar nicht so viele junge Leute, da geht es nicht um die Masse, aber da geht es um Qualität. Wir wollen Taiwaner fördern, die sich dazu entscheiden, nach Sachsen zu kommen. Und da ist ein erstes Programm, das Sachsen-Student-Mobility-Programm, in dem in beide Richtungen, auch Deutsche nach Taiwaner, aber vor allem auch Taiwaner nach Deutschland, gefördert werden können. Sehr flexibel, da werden Lebenserhaltungskosten und Reisekosten nach Deutschland abgedeckt und können von kürzeren Aufenthalten, zum Beispiel Teilnahme beim Deutschsprachkurs im Sommer, aber auch Semesteraustauschprogramme zwischen Universitäten oder ganze Studienaufenthalte ab Bachelor-Niveau gefördert werden. Und das ist genau so ein Programm, wo man eben sehr, sehr junge, talentierte Leute schon abholen kann. Dieses Programm wird sicher eine ganz, ganz große Rolle spielen in der weiteren Entwicklung der akademischen Beziehungen zwischen Taiwan und Sachsen. Ein anderes Programm, das Sachsen jetzt auch aufgelegt hat, ganz neu, mit ganz neuen Mitteln, ist das Sachsen Science Ambassador Program. Da geht es eher ein bisschen darum, sächsische Wissenschaftler und auch Mitarbeiter an sächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu fördern, um nach Taiwan zu kommen. Und auch potenziell neue Kooperationen aufzubauen. Auch hier wieder das ganz klare Bekenntnis des Freistaates Sachsen. Wir wollen hier ganz spezifisch für eine Region der Welt, die in Deutschland häufig übersehen worden ist, Taiwan, etwas machen. Und das freut mich natürlich, da jetzt auch Teil sein zu dürfen. Und wirklich auch in diesen letzten Monaten, ich bin ja seit noch nicht einmal im Jahr in meiner Tätigkeit aktiv, zu sehen, dass da so ganz viele neue Projekte und so ein ganz klares, auch politisches Bekenntnis besteht. Und was würden Sie Bewerbern für derartige Stipenden raten? Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen? Oder wie sollte man sich auf sowas vorbereiten? Ich glaube, die allergrößte Hürde in Bezug auf die Bewerbung für ein Stipendium ist, schon sehr, sehr früh zu wissen, was man eigentlich will. Glücklicherweise sind unsere Stipendien ein bisschen flexibler und versuchen auch Zeit näher zu sein. Das ist wichtig, aber es ist einfach organisatorisch schwierig. Aber viele Stipendien haben Bewerbungsphasen, die ein Jahr oder noch länger vor Antritt des Studiums in Deutschland stattfinden. Das heißt, ein Jahr oder noch früher muss man bereits wissen, was man da eigentlich machen will. Und das ist für viele Studierende eine große Herausforderung und manchmal eine Überforderung. Und ich glaube oder ich bin ganz sicher, dass wir ganz viele förderwürdige Kandidaten verlieren, weil die einfach noch nicht so früh bereit sind, sich für ein solches Programm zu bewerben. Spezifisch für Taiwaner ist vielleicht ein Problem, das ich immer wieder sehe. Ich sehe ja viele Bewerbungsschreiben. Taiwaner stellen ganz gerne mal ihr Licht unter den sprichwörtlichen Scheffel. Taiwaner sind ein bisschen zu bescheiden. Sie sind es nicht gewohnt, ihre Stärken klar zu artikulieren und mir als Förderinstitution mitzuteilen, warum sie förderwürdig sind. Das geht so weit, dass Taiwaner in ihren Bewerbungsschreiben häufig darauf hinweisen, was sie alles nicht können und was sie alles nicht wissen und was sie hoffen, vielleicht möglicherweise, obwohl das natürlich schwierig ist und eine große Herausforderung, in Deutschland lernen möchten. Und ich als Förderorganisation möchte natürlich wissen, warum bist du besonders talentiert und besonders förderwürdig. Das ist wahrscheinlich ein Cultural Trade, also ein kulturelles Ding. Jedes Land ist ein bisschen anders. Also vielleicht US-Amerikaner können alles, sogar das, was sie nicht können. Ja und die Taiwaner sind ein bisschen zu bescheiden in der Ansicht. Kann man da Hilfe bekommen oder so? Oder gibt es da irgendwie oder wie kann man sowas angehen? Sich früh vorbereiten. Man kann sich natürlich beraten, zum Beispiel auch direkt bei mir, wenn man jetzt ein Studium in Sachsen machen will, ist der erste Schritt mal auch mich zu kontaktieren sehen. Gibt es da vielleicht ein Programm, auf das ich mich bewerben kann? Und ich gebe allgemeine Tipps. Was ich natürlich nicht mache, ist Texte vorzuschreiben und auch zu korrigieren. Das muss eine Eigenleistung sein. Also manche Studierenden glauben dann auch, man könnte zum Beispiel eine Agentur beauftragen. Diese Services gibt es. Also man kann für Geld sich so ein Bewerbungsschreiben schreiben lassen. Das Problem ist, das sind dann sehr uninspirierte Texte oder so Chat-GPT-artige Texte. Wenn man ständig mit solchen Texten zu tun hat, merkt man das sofort. Und das ist nicht förderlich, wenn man sich für ein solches Programm bewirbt. Also das muss man schon selbst schreiben. Und man muss auch ein bisschen überlegen und seine Überlegungen in diesen Text einfließen lassen. Bisschen kreativer sein. Man muss nicht übertreiben, aber einfach logisch überlegen, wie stelle ich mich dar? Wie stelle ich mich vor? Warum bin ich förderwürdig? Und was sind meine Absichten? Auch daran, also die Motivationen Taiwaner sind nicht sonderlich gut, ihre Motivation zu erklären. Das ist ein bisschen anekdotisch, aber tatsächlich. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gelesen habe. Seit frühester Kindheit interessiere ich mich für deutschen Fußball oder deutsches Bier und deutsche Musik und deutsche Kultur. Deshalb will ich unbedingt in München, weiß nicht, Optoelektronik studieren. Diese Herleitung ist natürlich ein bisschen vage. Das sollte schon ein bisschen konkreter sein. Ich möchte eigentlich sehen, warum genau an diesem Institut ein Studium stattfinden soll. Welche Ressourcen, welche Curricula, welche Programme, welche Professoren sind dort, die es eben in Taiwan nicht gibt. Was ist die ganz spezifische akademische Motivation nach Deutschland zu geben? Natürlich freue ich mich zu hören, dass man Deutschland als Zielland, als Land, als Kultur gerne mag. Aber dafür reicht ein Satz. Das sollte nicht der Hauptinhalt eines Motivationsschreiben sein. Also ein bisschen überlegen, wie man so einen Text schreibt. Da haben Taiwaner, glaube ich, einfach nicht so viele Erfahrungen. Ja, okay. Das ist gut zu wissen für mich als Dozent. Kann ich auch weitergehen. Letzte Frage noch. Wir hatten uns ja schon so in der Covid-Zeit mal, da waren Sie noch als DAAD-Direktor tätig. Und wir hatten uns über Ihre Tätigkeiten und den akademischen Austausch unterhalten. Und da haben Sie eben gesehen oder das Ergebnis der Covid-Pandemie angesprochen, dass der akademische Austausch eben sehr zurückgegangen ist oder sehr darunter gelitten hat. Hat sich das ein bisschen erholen können? Also in der Covid-Phase überraschend war festzustellen, dass der Austausch nicht in beide Richtungen gleichermaßen eingebrochen ist. In beide Richtungen hat der Austausch gelitten. Aber von Taiwan nach Deutschland war nicht so schlimm. Also gerade bei es auf Studierendenzahlen Taiwaner nach Deutschland gab es eine kleine Delle. Die ist längst wieder aufgeholt worden. Die ist längst wieder ausgeglichen worden und die war nie sehr tief. Umgekehrt also bis in der Covid-Phase hat Taiwan zum Teil dann wirklich sehr, sehr restriktive Einreisebestimmungen gehabt. Und für deutsche Studierenden war es fast unmöglich, überhaupt für mehrere Jahre lang nach Taiwan zu kommen. Und da befürchte ich, ich kenne die allerletzten Zahlen noch nicht, da befürchte ich, dass auch bis jetzt dieser Schaden, wenn man so will, noch immer nicht völlig ausgebügelt ist. Da sehe ich natürlich auch meine Rolle, da jetzt die Statistiken möglichst rasch wieder anzuheben, wieder mehr Deutsche nach Taiwan zu bringen. Der Austausch war nie ganz ausgewogen. Es gab immer ein bisschen mehr Taiwaner, die nach Deutschland gegangen sind als Deutsche nach Taiwan. Idealliter, denke ich, sollte es immer möglichst ausgeglichen sein, Austausch in beide Richtungen. Und da hat Covid wirklich geschadet. Und ich denke, die Nachwirkungen spürt man auch jetzt immer noch und sieht man auch jetzt immer noch in den Statistiken. Umso schöner eben, dass wir bald allein in der Halbleiterindustrie bis zu 100 Studierende jedes Jahr nach Taiwan bringen, die ganz konkret in einem tollen Programm hier Erfahrungen sammeln können und ein Programm, das sicher noch viele Nachahmer in der einen oder anderen Form finden wird und einfach auch Taiwan so ein bisschen aufs Tapet bringt als Studienstandort. Das ist einfach normalerweise nicht die erste Wahl bei europäischen oder bei deutschen Studierenden. Und Taiwan ein bisschen bekannter machen in einem wirklich starken und sinnvollen Programm, um eben auch mehr Deutschen diese Möglichkeit zu geben, dieses Erlebnis, diese Erfahrung zu machen, von der sie mit Sicherheit großartig profitieren werden. Ja. Ich denke mal, die ersten Studenten, die jetzt wieder zurückgehen von dem STIP-Programm, da kann man, oder wenn er sich so weiterentwickelt, dann gibt es dann ja so Mund-zu-Mund-Propaganda auch, die erzählen anderen Leuten davon und so. Das könnte auch dazu beitragen, dass dann eben Leute über das STIP-Programm eben dann, also darüber hinaus auch dann nach Taiwan kommen möchten oder so, oder sich für Taiwan anfangen zu interessieren. Absolut. Also das merke ich jetzt schon. Das ist, ich habe vorher erzählt, es gibt ein kleineres Praktikumsprogramm und ich war bei vielen dieser Interviews auch im Hintergrund dabei und viele dieser Teilne des Praktikumsprogramms haben gesagt, ja, sie haben von diesem STIP-Programm gehört und überlegt, das passt vielleicht fachlich nicht so richtig für mich und plötzlich, es gibt noch ein anderes Praktikumsprogramm in Taiwan. Na, warum nicht? Das sind alles Leute, die vor einem Jahr noch nicht auf die Idee gekommen wären, überhaupt nach Taiwan zu gehen. Die wären sonst wohin, wahrscheinlich in Europa oder ins englischsprachige Ausland. Und jetzt plötzlich ist Taiwan eben auf der mentalen Karte als Studiendestination oder als Ort, wo man ein Praktikum machen kann, aufgetaucht. Und das muss man natürlich nützen, das muss man fördern, das muss man weiter bewerben. Freut mich natürlich, dass das STIP-T auch sehr, sehr großes Interesse bei den Medien gefunden hat und dadurch auch Träger sein kann, eben diese Botschaft weiterzutragen. Und ich bin der Meinung, Taiwan hat akademisch und wirtschaftlich unglaublich viel zu bieten und es wäre ein Fehler, da nicht auch davon zu profitieren, gerade auch für deutsche Studierende. Dann hoffe ich, dass es auch in dieser Richtung weiterhin positiv sich entwickelt. Und nochmal vielen Dank für Ihre Zeit hier. Ja, vielen Dank für dieses Interview. Es ist ein großes Vergnügen, mit dir auch wieder sprechen zu dürfen. Sagt Dr. Josef Goldberger, der Leiter des wissenschaftlichen Koordinierungsbüros des Freistaates Sachsen in Taiwan und ehemaliger Direktor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Taipei, mit dem ich mich über verschiedene Möglichkeiten, ein Stipendium zu bekommen, unterhalten habe. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.